Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock, the State of Decay. Ja, wir hatten hier tierisch überzogen gehabt und wir sind immer noch hier bei Verteidige. Joa, folgt der jetzt oder folgt der jetzt nicht? Dies ist gerade sehr merkwürdig. Kann ich ihn ansprechen? Aha, okay. Joa, jetzt haben wir ihn gerettet. Super! Großes Kino. Oh, lag da Schokolade? Ich würde mal sagen, ja. Oh, man, 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 Schokolade ohne Ende. Joa, warum auch nicht? Schoki, ich will Schoki haben, ich hab Hunger. So, wo haben wir denn? Hier haben wir die nächsten Aussichtspunktmöglichkeit. Und ich würde mal sagen, jetzt schnappen wir uns mal diese Auspunktsmöglichkeit. Denken wir können mal gucken, was die Aufklärung so als Missionierung hier macht. Aha. Dann haben wir sozusagen einen Missionierungsausblick. Aber erst mal nehmen wir uns den Zombie hier mit. Geht doch. So. The next one, please. Oh ja, ich bin so erschöpft. So. Gib mal Jas. Genau. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. So, da vorne gab es da wieder ein Nadelöhr. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, weil das auch ein bisschen dünner sogar noch war. Das war sogar richtig dünn. Ähm, so, okay. Hm. So, da kommen wieder die freundlichen Herren raus. So, einmal hier hoch. Einmal darüber. Und dann geht es hier hinauf. Genau. Einmal hier hin. Schwuppdiwupp. Und nochmal weiter hoch. Ja. Das geht ja schön hoch hier, wa? Oh, muss man mal so sehen. Okay, Aufklärungsmission. Ja. Take a look around. Das machen wir dann auch mal. Oh ja, schau mal diesen Freak da hinten an. Ja. Oha. Das war's. Okay, sehr schön. Gut. So, Kamera mal drehen. Ähm. Was ist denn das schon wieder? So, geht doch. Oh ja. Wie der da so runterrutscht. Das ist so mega lässig. Und so cool. Ach du Schande. Hoch. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt haben wir hier so viele Zombies. Ja, dann kommt erstmal gleich die spannende Musik. Was machen wir jetzt? Sind wir hier gefangen oder wie? Oha, da sind wirklich so viele. Oha. Jetzt haben wir da die ganze Zombie-Armee unter uns. Das gefällt mir gar nicht. Kann ich denn vielleicht auf einen anderen umschalten? Schließen. Details. Wechseln zu. Das würde gehen. Machen wir mal. Mal gucken, ob der da selber rauskommt oder ob wir denen jetzt helfen müssen. Wir können ja mal schauen. Jetzt haben wir so spannende Musik. Boah. Aha, jetzt hört sie schon auf, die spannende Musik. So, was kann sie denn Schönes machen? Sie könnte so theoretischerweise... Joa, was können sie sie denn theoretischerweise? Maya Müller. Wieso konnte ich eigentlich nur Maya Müller? Ach, der ist ja noch verletzt. Und der ist müde ohne Ende. Ja, der muss ja langsam mal zurückkommen. Was hat sie denn? Oh, sie ist knickeknacke voll. Den müssen wir erstmal entladen. Machen wir das mal. Entschlömpeln wir mal die Lady hier. Okay, was haben wir denn hier? Sie hat... Jede Menge Medics. Sie hat hier jede Menge Futterreihen. Sie macht aber die Ehe. Sie wird nicht so viel essen. Dann hat sie hier einmal Schlagwaffe. Und irgendwie bringt diese Schießerei nichts. Also, ich habe ja schon ein paar Mal geschossen gehabt. Aber irgendwie bringt das nicht viel. Machen wir die mal weg hier. Und dann wollen wir mal schauen, auf welche Waffenskills wir sie bringen. Sie könnten wir theoretischerweise... Giebwaffe wäre eine Möglichkeit. Oder sie bekommt schwere Waffe. Ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass der Maja Müller... Wir haben es ja gesehen, auch in der Simse vor, dass sie eindeutig... Ja, auch für schwere Waffen, beziehungsweise Bodybuilding zu haben ist. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Schauen wir mal. Das ist nochmal Schlagwaffe. Jetzt haben wir hier nochmal schwere. Zehn Kilogramm. Naja, das ist natürlich... Eine Menge Kilos, was die dann schleppen, wa? Oder sie kriegt auch Schlagwaffe. Ich weiß, ich weiß. Wie schwer ist denn die? Die ist etwas leichter. Die hat sieben Kilo. Da sind die anderen Dinge natürlich alle richtig leichtgewichte hier. Schaut euch das mal an. 4 Kilo. Auch nochmal eine Maräte. 2,4 Kilo. Das würde gehen. Die Axt. Nehmen wir die mal. Schauen wir nochmal nach, ob wir nochmal so eine Axt haben. Dann geht das ja. Das ist dann eine Hiebwaffe. Da wäre auch nochmal eine Hiebwaffe. Das sind 3 Kilo. Die würde auch gehen. Nein, also... Wäre eine Möglichkeit. Hiebwaffe, Hiebwaffe. Hiebwaffe. Joa, das... Halt. Schwere Waffe, 2,4 Kilo. Bumm. So. Sie geht definitiv auf schwere Waffe. Dann schauen wir mal nach, ob sie schon was Skillbares hat in die Richtung. Ja, meister den Umgang mit schweren Waffen. Ja. Da muss ich einmal die X-Taste wählen und dann die X-Taste gedrückt halten. Jut, okay. Da, 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 da. Joa, mehr geht jetzt nicht auszuwählen anscheinend. Sie war auch noch gar nicht so viel unterwegs, hm? Aha, da braucht jemand Hilfe. Ja, es ist auf der Karte zu versehen. Da wollen wir mal schauen. Aha. Da braucht jemand Hilfe. Hilf, einen Riesenbuster zu vernichten. Das sind diese Riesen. Also Riesen-Riesen. Also Riesi-Riesi-Riesen, ne? Oder wir machen hier unten. Da wäre ja auch noch was. Das ist dann einmal Schutzweste. Joa, ich glaube, wir machen eher den da. Die sind mir etwas angenehmer. Bewegen wir mal den schnicken Damenkörper mal in die Richtung. Boah, die einen Hammer schlagt drauf. Tja. Das ist aber noch die falsche Waffe, sehe ich gerade. Ich wollte schon sagen, irgendwas haut ich hier gerade nicht hin. Was ist denn noch die falsche Waffe? Ah, liebe Leute. Das war der Schraubenschlüssel noch. Das heißt, das wird gleich noch kräftiger. Gut, dann machen wir den mal weg. So. Halt! So. Okay. Dann holen wir uns die Karre. Dann fahren wir dann da oben hin und machen hier diese mit der Schutzweste. Genau. So. Jetzt sind wir auch gleich wieder ein bisschen leichter. Wir hätten hier auch einen Rucksack geben können, weil Mr. Machete geht es da aktuell nicht gut, ne? Hm. Naja, egal. Der sieht unfreundlich aus. Jemand braucht eine Ansprache. Okay, dann machen wir das erstmal. Oh Gott. Ja, I need a breather. Das nennt man die Unentschlossenheit. Oh Gott. So. Die brauchen eine Ansprache. Ja, gehen wir mal ein Stückchen. Ja, wir wollen die in den Arsch treten. Machen wir das mal. So, jetzt kommen hier die Zombies und jetzt könnte man sie... Oh, fuck. Oh, yes. Oh, ho, 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 ho So Wollen wir mal schauen Wir nehmen mal gleich den da vorne in den Angriff Hallo Achtung, Zombie auf 3 Uhr Ich habe eine auch noch um 12 Uhr Oh yeah Oh, das wäre was für Luzi Mit der Axt hier ruhig im Walde Okay Hier fehlt doch eigentlich unser Auto Wir hatten ja doch hier noch ein Auto geparkt, wa? Wo ist das eigentlich geblieben? Weiß es nicht Sehr merkwürdig Und ich sehe gerade, dass unsere Karte einen Fehler hat Schaut euch mal die Karte an Gar nicht gut Das riecht wieder nach Nach einem Fehleranfall Nicht, dass das Spiel gleich wieder abstürzt Das Wäre ja auch so Schon fast üblich Hm Vielleicht sind das sogar die Zombies Die jetzt theoretisch in der Hütte sein müssten Nee Anscheinend nicht Schön mal leise rein Ja, das waren die, wo die da draußen waren Nichts mehr da Kehrt nach Hause zurück Ja Ich scheine das Spiel wieder mal Primstens geschrottet zu haben Super Das ist ja wieder mal so toll Ja Toll Ja Irgendwie geht das Spiel nicht weiter Gut Ich würde mal sagen Wir machen ja erstmal hier Ende Weil irgendwie klappt das jetzt nicht mehr Ja Warum auch immer Dieses Spiel Mich hier so Ärgert Wir sehen uns dann sozusagen Ja, wenn ihr wollt Mögt und könnt Morgen wieder Und ich hoffe Dass das Ganze da ein bisschen Bugfreier läuft Also ciao, ciao Und bye, bye